Müssen Straßenbahnen und Busse auch mal in die Werkstatt? Hallo, ich bin's, der Hansi. Wir sind heute in der Steirergasse bei den Straßenbahnen. Du hast von deiner Mama oder von deinem Papa sicher schon mal gehört, ich muss das Auto in die Werkstatt bringen. Da wird dann beim Auto alles, was nicht mehr so gut funktioniert, überprüft und repariert. Und das gleiche machen wir hier auch, und zwar täglich. Denn unsere Straßenbahnen, so wie auch die Busse, werden jeden Tag überprüft. Schaut mal her. Und das zur Sicherheit von euch und den anderen Fahrgästen. Außerdem muss jede Straßenbahn einmal im Jahr ganz genau überprüft werden. Das nennt sich dann Revision. Und auch für unsere Busse haben wir eine eigene Werkstatt. Das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal, euer Hansi. Fragten Hansi. Eure Holding Rats.